Hallo, ich bin Sophie und ich bin Fabian und zusammen sind wir Storydive. Wir produzieren interaktive Audiospaziergänge, die du in deiner Stadt erleben kannst. Dabei wirst du selbst zur Hauptfigur und tauchst so voll und ganz in eine Geschichte ein. Wir deuten deine Umgebung so um, dass du deine Stadt auf einmal mit anderen Augen siehst. Stell dir zum Beispiel vor, du lebst in der Matrix. Der einzige Weg, die Matrix zu verlassen, sind öffentliche Telefonzellen. Nur gibt es heute kaum noch welche. Zufall? Wohl kaum. Oder du besuchst die Documenta in Kassel und verwendest einen Audio-Guide, um dir die Kunstwerke in der Stadt anzusehen. Auf Tour merkst du nach und nach, dass dein Guide ganz eigene Absichten verfolgt. Und während du einfach ein bisschen unterhalten werden wolltest, hast du deinem rätselhaften Guide geholfen, den Kunstmarkt umzukrempeln. Oder du bist Lukas, die Nebenfigur in einem Kinderfilm und in der ständigen Wiederholung des Filmgeschehens gefangen. Du hattest dir mehr erhofft von deinem Leben. Deshalb flüchtest du in die echte Welt, als sich dir die Gelegenheit bietet. Dort stellt dir der fiese Mathelehrer Herr Schinkenmüller in Aussicht, endlich selbst die Hauptrolle zu spielen. Wenn du dafür deine Freunde verrätst. Diese Szenarien stammen aus drei von 25 Geschichten, die wir mit Storydive schon umgesetzt haben. Wir verstehen Storydive als Augmented Reality für die Ohren. Um unsere Geschichten zu erleben, brauchst du nur ein Smartphone und Kopfhörer. Dein Handy kann während des Spaziergangs in der Tasche bleiben, weil alle Wegeinweisungen Teil der Geschichte sind. Dadurch kannst du dich noch besser auf die Geschichte einlassen. Die einzelnen Kapitel werden in Abhängigkeit deines Standorts abgespielt. Viel mehr braucht es auf technischer Ebene auch gar nicht, denn für uns liegt die Faszination von Storydive im Geschichtenerzählen. Und da kommst du ins Spiel. Wenn du selbst eine Idee für eine Geschichte hast, die wir mit Storydive erzählen sollen, dann schick sie uns bis zum 31. Dezember. Du kannst uns schreiben, ein Video aufnehmen oder ein Audioformat einreichen, denn wie du dich bewirbst, ist komplett dir überlassen, solange du deine Idee und warum du sie in deiner Stadt umsetzen möchtest, rüberbringst. Bis Mitte Januar wählen wir dann fünf Ideen aus, die wir gemeinsam umsetzen. Bist du dabei? Stellen wir dir die Tools, mit denen du aus deiner Idee eine spannende Geschichte machen kannst. Wir besuchen dich vor Ort, um den Spaziergang zu testen und übernehmen die professionelle Audioproduktion. Im Frühling veröffentlichen wir dann die fünf Geschichten und lassen unsere Nutzerinnen und Nutzer darüber abstimmen, welche Geschichte ihnen am besten gefällt. Wer die Idee zur am besten bewerteten Geschichte eingereicht hat, erhält 1.000 Euro. Ja, und wenn du mitmachen oder einfach mehr über Storydive erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei www.storydive.de